hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft so wie ihr seht habe ich mich letztes mal hier versteckt und jetzt suchen wir erst mal meine hütte wieder und es kann ja nicht sein dass ich die aus den augen verloren habe also muss ich weiter in der richtung mal sehen ob ich sie empfinde meine hütte holz hütte oder sind noch andere sachen trennen die ich brauche für später so also es muss der richtung diese da muss es sein so aber wie ihr seht so schnell geht das kann man sich verlaufen will ich jetzt selber nicht gedacht so ja mal schauen wie ich das wieder finde aber kann ja eigentlich nicht so schwer sein weiß nur dass sie mehr große sehen sind und dann müsste es ja eigentlich wieder zu finden sein so ich glaube ich habe was hier ist das lol so ja heute ist tatsächlich noch wieder gefunden mega lol ja ja so ist das nee da kommt nur holz rein so äh das da und das also erst mal ne und so habe ich das wieder gefunden nur durch den kürbis zu spielen bin gleich wieder da so da bin ich wieder ja musst du kurz eben was erledigen aber jetzt bin ich wieder da vor euch und dann geht es natürlich weiter halt das war falsch Axt sollte man nutzen und keine Schaufel und Bäume abzuholzen also mega lol so ja der hier noch steht ja voll im Weg so oberlege ich gleich mal was ich noch vielleicht eventuell bauen könnte der kann eigentlich bleiben ach die stören mich nicht können ruhig gerne was essen hier am Feld ähm ähm so 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 ja kürbis hier genauso bleiben so ich glaube mache ich die Bäume noch weg weil da eventuell auch noch was hinkommt mache ich aber noch Schäder hin was wo was hinkommt also hier könnt ihr schon drauf holen wie es nachher denn aussieht so 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 Was brauche ich, Schild. Muss ich kurz mal hier hin. Ach, muss ich kurz mal in der Kiste hin. Stimmt, da habe ich ja die Sachen. Und diese Zapplinge kann ich trotzdem aufsammeln. So, dann brauche ich auch mal die. So. Bisschen schneller. So. Bisschen mehr. So. Ähm. Ja. Ja. Also hier, kann ich euch sagen, kommt ein kleiner Markt. So, dann haben wir das. Hier steht, Angelplatz. So. Ähm. Ähm. Also hier wird dann ein Zaun stehen, wo man dann extra wieder Sepplinge einpflanzt. Und hier darf man dann Holz, werde ich dann so machen. Abholzen, dass man die Sepplinge wieder einpflanzt oder so. Und hier, ja. Ähm. 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 Also hier wird dann wahrscheinlich ein Riesenlager entstehen. Hier so, wo alle Sachen denn drin sind. Jo. Ähm. Ähm. Hier entsteht großes Ackerfeld. So. Hier entsteht Blumenfäller. So. Das, das, das habe ich. Ähm. Hier ist Baustelle weit bergab tragen. So. Ja. Ja. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Und vergisst nicht unten die Glocke zu aktivieren, dann wisst ihr auch, äh, wann ein neues Video von mir kommt. Das wird euch unten in der Infobox angezeigt. Und ihr könnt es auch lieben gerne weiter teilen. Und dann, wenn ihr es erwünscht. Und je mehr das sehen, desto besser für mich denn oder so. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.